War das geil oder war das geil? Die Messe ist nun vorbei für dieses Jahr und ich habe natürlich einiges an Spielen mitgenommen. Ich habe auch schon einiges an Spielen vorher zugeschickt bekommen und ich möchte euch mit diesem Video so ein bisschen heiß darauf machen, was ihr demnächst auf meinem Kanal erwarten könnt. Ich werde so ein paar Spiele zeigen, beziehungsweise ich habe versucht, ja alle Neuheiten, die ich jetzt so hier habe, die ich mir dann demnächst angucken werde oder die ich mir vielleicht auch schon angeguckt habe, wo ich jetzt dann das ein oder andere Video zu abdrehen werde, hier um mich herum aufzubauen, um euch ja die ganzen Spiele einmal zu zeigen. Wir machen das in einem wirklich schnellen Durchgang. Ich werde auch nicht groß irgendwie hier unten in der Videobeschreibung das alles taggen, weil wir machen das wirklich im Schnelldurchlauf. Das Video soll nicht länger dauern, als es muss. Und ja, auf jeden Fall könnt ihr dann erwarten, dass ich in den nächsten Videos, in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht sogar dann von diesen Spielen berichten werde. Und ja, da empfehle ich euch natürlich, bleibt an meinem Kanal dran, lasst ein Abo da, macht die Glocke an, dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr und so verpasst ihr dann auch keins dieser coolen Spiele, die ich hier alle für euch vorbereitet habe. So, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Ich erzähle auch so ein bisschen immer, ja, ob ich mir das Spiel habe zuschicken lassen, ob ich es mir gekauft habe, ob ich es vorbestellt habe, ob es Kickstarter ist und so. Dann kriegt ihr auch vielleicht einen kleinen Überblick darüber, ja, wie das, wie quasi hier so das Verhältnis auf meinem Kanal ist von Rezensionsexemplaren zu eigengekauften Spielen. Genau, einfach nur der Transparenz halber. Genau. So, wir fangen an. Wir fangen einfach mal mit diesem großen Stapel an. Wir haben hier auf der Seite natürlich Anunnaki, ein großer Kranio Creations Titel. Den gab es als Kickstarter. Ich hatte den Kickstarter aber verpasst, also habe ich es mir auf der Messe gekauft. Bin ich sehr gespannt drauf. Es ist ein riesiges Sci-Fi-Ding, ja, mit so großen Welten, die man dann irgendwie besiedeln kann. Hier natürlich mit Technologien. Richtig cooles Teil. Kam auch in meiner Preview-Liste natürlich drin vor. Habe ich mir dann angeguckt und als gut befunden musste ich mitnehmen. Dann haben wir Arborea. Arborea von Elikett. So ein bisschen das Betuku, ja, das buntere Betuku, möchte ich sagen. Es geht noch bunter. Genau. Hier so ein kleines, ich glaube, es ist ein Workerplacer. Habe ich mir am Elikett-Game-Stand gekauft. Freue ich mich auch riesig drauf. Dann haben wir als nächstes World Wonders. World Wonders hatte ich auch in meiner Preview-Liste natürlich von berichtet. Da habe ich mir jetzt bei Arkane Wonders eine Version gekauft. Ja, so ein kleines Weltwunderspiel, beziehungsweise wir legen so kleine Puzzleteile auf unseren Plan, bauen hier so eine kleine Stadt und können dann so kleine Weltwunder da noch zwischenbauen. Ja, es hat sich größer, als ich dachte, die Packung. Als ich das in der Preview gesehen hatte, dachte ich, es wäre eher so ein kleines Ding. Ja, jetzt haben wir doch so eine riesige Packung hier. Dann machen wir hier weiter. The Fox Experiment. Das habe ich mir bei Pandasaurus gekauft. Das hatte ich vorbestellt und habe es dann per Essen-Pickup mir geholt. Und gab es auch als Kickstarter. Ich hatte mich damals noch dagegen entschieden. Ja, und ich bin mal gespannt. Tatsächlich bei dem Thema weiß ich gar nicht so genau, weil es geht um die Domestizierung von Füchsen, glaube ich. Ja, muss man mal schauen, ob das hält, was es verspricht. Sieht so ein bisschen aus, als ob man hier auch so Marke hat, mit denen man irgendwie was draufschreiben kann. Ja, schaue ich mal. Ist auf jeden Fall der neue Elizabeth Hargraves Titel. Also Flügelschlag lässt grüßen. Daher erhoffe ich mir da einiges. Dann machen wir hier unten weiter. Habe ich mir bei Mighty Boards Art Society geholt. Hatte ich ja auch in der Preview-Liste. Mighty Boards macht coole Spiele. Das Ding habe ich mir dann gekauft. Es gab auch noch die eine oder andere Promo dazu. Es geht hier darum, dass man so eine Art Gallery formt. Und dann verändert sich der Wert der einzelnen Kunstwerke, je nachdem, wie so die Nachfrage ist. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich finde eine schöne Packung hier. Diese Bilder sind alle hinter so einem Rahmen. Das finde ich irgendwie ganz cool gemacht. Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Dann kommen wir mal, ja, machen wir mal den Stapel hier leer. Das ist Neotopia von Meebo. Das habe ich mir auch gekauft. Das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Tatsächlich eins der wenigen Spiele, die wir gespielt haben nach den Spieltagen, wo wir auf der Messe waren, haben wir dann abends noch das eine oder andere Spiel gespielt. Nicht so viel, aber Neotopia. Wir bauen hier ja so kleine Städte bzw. wir wollen hier möglichst große Gruppen von solchen farbigen Pättchen legen und wollen dann so Auftragskarten erfüllt. Wirklich sehr fluffig und einfach gespielt. Macht auf jeden Fall Spaß. Muss man mal gucken, wie stark der Wiederspielwert ist. Wir haben jetzt so drei, vier Partien schon hinter uns und ja, macht aber auf jeden Fall noch Spaß. Ich würde es noch weiterspielen, aber vielleicht hat es sich dann auch irgendwann ausgespielt. Muss man mal gucken. So, jetzt habe ich hier schon wieder Platzprobleme. Das heißt, ich muss mal, ich mache mal hier unten weiter. Dann habe ich mir bei Editionsspielwiese, D-Print Games, D-Print ist es, genau, habe ich mir Moorland gekauft. Ja, am Pegasus stand und ja, kleines auch Kartenlegespiel, bei dem wir so Moorkarten auslegen und dort ja, diese Moor-Dinger hier möglichst gut verzweigt hinlegen wollen, damit wir möglichst flexibel sind. Und ja, wieder so ein Spiel mit Naturthema, ja, wollte ich mir mal angucken. Sicherlich ja, eher so ein Kennerspiel-Light, würde ich sagen. Dann natürlich habe ich mir dann doch Kavi gekauft, bei Hans im Glück. Hans im Glück, ein Verlag, der ja immer ein großes Spiel mindestens pro Jahr rausbringt. Und ja, hier haben wir jetzt einen Dice-Placer. Ich fand es da ganz cool aus. Ich habe auch bisher eher gute Sachen gehört, war ja nicht so ganz sicher, weil mir Planet B ja letztes Jahr nicht so super gefallen hat. Und ja, gucken wir mal, Preis war auch in Ordnung. Daher, ja, Kavi, kleines Wikinger-Thema, ganz nett. Dann, das hier, das wollte ich mir eigentlich gar nicht holen, nämlich das große Expeditions. Gibt es ja schon in längerer Zeit, aber dann war ich beim Feuerlandstand. Und ich brauchte noch irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen, äh, ein bisschen Preis, damit ich die Feuerlandtüte dazugekriegt habe. Und dann habe ich mich doch spontan dazu entschieden, Expeditions mitzunehmen. Ich hatte mir das auf der Neuheitenschau kurz erklären lassen und es klang wirklich sehr interessant. Denn ich bin halt, ich mag das normale Scythe halt nicht so gerne. Und da das aber wirklich ganz anders ist als Scythe und nur in diesem Universum stattfindet, hat sie mich dann doch überzeugt. Und ich würde es gerne ausprobieren und ein bisschen zocken. Da habe ich Bock drauf. Ja, war eher so ein Spontankauf, war tatsächlich auch nicht in meiner Preview-Liste. Ähm, ja, da habe ich mich dann, äh, hinreißen lassen zu. Dann, ähm, ja, hinreißen lassen habe ich mich auch hier, äh, von Nikojima, auch eins meiner Preview-Games. Ähm, das habe ich mir auch gekauft. Ich habe dann noch ein Autogramm von dem, äh, Macher hier irgendwie im Deckel bekommen. Fand ich ganz cool. Ist halt so ein kleines Agility-Game, wo wir, ja, solche, ähm, solche Hölzer-Dinger aufeinander bauen müssen und dann so Katzen dranhängen. Ähm, ja, ist ganz witzig. Ich habe tatsächlich, glaube ich, kein einziges Agility-Game in meinem Schrank außer Yengar. Und, äh, das hat nun wirklich ausgedient, muss ich sagen, wobei die Kinder das immer noch sehr gerne spielen. Ähm, ja, aber Nikojima fand ich cool. Dann, äh, ja, diese kleinen drei Kartenspiele. Da habe ich auch schon ein Video zu gemacht. Könnt ihr euch gerne angucken. Einmal Kabanga, The Academy und Wave. Äh, die drei Spiele habe ich jeweils, äh, zugeschickt bekommen. Also, das sind Rezensionsexemplare. Äh, schaut euch da gerne meine Rezension zu an. Habe ich euch oben, wie gesagt, verlinkt. Ähm, ja, drei Unterschiede, sehr unterschiedliche Kartenspiele. Ablegespiele, Stichspiel und, ja, noch ein Ablegespiel. Ähm, definitiv cool. Und, ja, kommen jetzt so langsam in meine, ja, oder sie sind mittlerweile in meine Absacker-Liste fest eingetragen. Also, wenn ich Absacker brauche und die dann mitnehme oder irgendwie wir nochmal was spielen wollen, dann sind die drei Spiele im Moment ganz hoch im Kurs, muss ich sagen. Ähm, ja, dann noch ein Spiel von Amigo. Das habe ich mir auch zuschicken lassen. Ein Unsolved, das ist so ein Krimi, ähm, Spiel. Und tatsächlich gefällt es mir gar nicht so gut. Ich habe so ein paar Kritikpunkte, würde ich dann auch nochmal im Gespielt genauer, ähm, von berichten. Es gibt halt hier so drei Szenarien, beziehungsweise drei Geschichten, die man lösen muss anhand von Karten. Ähm, ja, hat mir nicht so gut gefallen. Ähm, da würde ich dann aber auch näher im Gespielt auf jeden Fall nochmal drauf eingehen. Äh, dann, was haben wir hier? Ja, das sind nur so kleine, äh, Promos, Similo und so, das brauchen wir nicht. Dann habe ich natürlich noch einen neuen Sherlock-Fall, da freue ich mich richtig drauf. Von Abacus Spiele, das ist auch ein Rezensionsexemplar. Da habe ich noch ein zweites von, das hier wahrscheinlich irgendwo rumfliegt. Ähm, da freue ich mich auch mega drauf. Da sage ich euch auch nochmal Bescheid, äh, wie mir das gefällt. Das ist vor allen Dingen, ist das hier so ein Fantasy-Sherlock. Das haben wir, das gibt es, glaube ich, bisher noch nicht. Ähm, das heißt ja, hier haben wir dann nicht, sind wir nicht in so einer realen Welt unterwegs und müssen diesen Fall lösen, sondern wir sind in so einer Fantasy-Welt unterwegs. Das finde ich auch ganz cool. Mal ein bisschen was anderes. Ähm, dann hier zwei Erweiterungen für Ceres. Die habe ich mir gekauft. Das Grundspiel liegt hier auch irgendwo noch. Ähm, hole ich dann vielleicht nochmal hoch. Dann, ja, hier ein Zweispielerspiel von La Boise de Jeux. Habe ich mir auch gekauft, ähm, Evil Corp. Das, ähm, ja, ist doch ein relativ üppiges Zweispielerspiel, muss man sagen. Ähm, da bin ich auch sehr gespannt drauf. War auch auf meiner Preview-Liste natürlich. Dann, das hier, Path of Civilization, da habe ich ja schon vorher von geschwärmt. Ein Ziff-Game, was man quasi simultan spielt. Ich habe es mir dann auch auf der Neuheitenschau nochmal erklären lassen. Das Ding habe ich mir auch gekauft. Und, ja, bin ich sehr gespannt drauf. Also, da freue ich mich riesig. Und es, ich glaube, es könnte richtig, richtig geil werden, weil da so extrem viele Karten dabei sind. Und, ja, dieser Ziff-Mechanismus ist zwar auch sehr abstrakt, muss man sagen. Also, ähm, es geht eher so auf Leisten, äh, und auf irgendwelche mit so Cubes, die man irgendwo hinlegt. Ähm, es ist nicht so plastisch, sag ich mal. Also, wahrscheinlich ist es, fühlt es sich, ja, wahrscheinlich ist die Immersion nicht so hoch. Aber, ähm, ja, könnte geil werden. Bin ich sehr gespannt drauf. Freue ich mich, dass ich da ein Exemplar gekriegt habe. Dann, Kutnaora. Das ist ein Rezensionsexemplar, was mir Czech Games zur Verfügung gestellt hat. Und, das haben wir auch tatsächlich schon gespielt, beziehungsweise wir haben eine andere Version gespielt. Ihr seht, die ist noch eingepackt. Und ich sag euch schon mal, also ich mach dazu noch ein separates Video mit Regelerklärungen wahrscheinlich auch. Und ich sag euch schon mal, also, Hammer. Mega geiles Ding. Ähm, die Erstpartie war richtig cool. Hat uns richtig gut gefallen. Ähm, da, ja, das ist schon mal so ein Highlight auf jeden Fall von den Spielen, die ich bisher schon gespielt habe. Richtig cooles Teil. Dann natürlich Plantanubo. Das hab ich mir gekauft. Das hab ich vorbestellt. Ähm, ja, mit den Autoren Uwe Rosenberg, äh, Keller und Ode sind es, glaube ich, die drei, ne? Ähm, ähm, genau. Ja, Michael Keller heißt er, genau, richtig. Und, ja, ein cooles, ähm, ja, so ein bisschen, äh, ja, zum, zur heutigen Welt passenden Thema. Äh, und ich glaube, es ist ein cooles Kennerspiel mit einem coolen Auswahlmechanismus. Hatte ich auch in meinen Preview-Videos schon erwähnt. Ähm, ja, mach ich dann auch noch mal ein bisschen mehr zu, natürlich. Dann natürlich Amritsar von Ludo Nova. Der, ja, quasi Nachfolger von, äh, Sabica, würde ich sagen. Ähm, sieht auch cool aus. Wir laufen hier mit so, äh, Elefanten drumherum, äh, und können dann hier auf dem Board, ähm, ja, so ein bisschen unsere Dinger hier platzieren. Ähm, äh, ist, glaube ich, auch ein ziemlich komplexes Teil. Natürlich ein hartes Euro-Game. Ähm, das wird auf jeden Fall fett. Dann habe ich hier, äh, was ganz Interessantes. Das hat Pegasus-Spiele mir zugeschickt. Also Rezensionsexemplar. Und zwar Mini-Escapes. Davon habe ich auch schon eins gespielt. Das andere kannte ich noch nicht spielen, weil die Übersetzung noch nicht fertig war. Ja, und, ja, ist sehr interessant. Das Ganze ist quasi ein Mini-Escape-Raum, der auf so einer kleinen, auf so einem zusammengefalteten Zettel stattfindet, den man dann nach und nach weiter ausklappt, um nach und nach weitere Rätsel freizuschalten mit nach und nach weiteren Räumen. Und grundsätzlich fand ich die Rätsel wirklich sehr gut. Allerdings ist die Übersetzung so dermaßen grottenschlecht, dass ich sagen muss, da hätte vielleicht mal jemand drüber gucken müssen. Ich hatte das Gefühl, es wurde automatisch übersetzt und niemand hat drüber gelesen. Da muss ich sagen, ja, an sich das Spiel geil, aber die Übersetzung aus dem Englischen wirklich eine Katastrophe, muss man sagen. Genau, dann mache ich, alle die Spiele werdet ihr auch nochmal explizit in meinen Gespielt-Videos oder in Einzel-Videos natürlich, ja, nochmal ein bisschen detaillierter, werdet ihr noch ein bisschen detaillierter von hören. Dann, was habe ich hier noch? Ich habe natürlich, ja, The Witcher Kickstarters angekommen. Hier habe ich die, ja, die Erweiterung. Ich habe tatsächlich nur den normalen Gameplay oder diesen Deluxe-Pledge-Gameplay-Dingens gemacht. Also ich habe nicht alle Erweiterungen. Ich habe diese Erweiterung und das Grundspiel noch. Da freue ich mich auch drauf. Habe allerdings auch schon Gemischtes über The Witcher gehört. Also muss man mal gucken. Aber ich stehe ja drauf. Dann war ich bei Bored and Dice, habe mir Nucleum gekauft. Die englische Version. Und ja, ich war bei Bored and Dice, weil die beiden Autoren dann da noch da waren, um zu unterschreiben. Da freue ich mich auch riesig drauf. Ich muss mal gucken. Gegebenenfalls, falls ich noch eine deutsche Version von Giant Rock bekomme, würde ich euch diese hier auch irgendwie überlassen. Die würde ich dann irgendwie, die englische würde ich dann irgendwie hier auf meinem Kanal verlosen. Ich muss mal gucken, ob ich noch an eine deutsche Version rankomme. Eine zweite Version würde ich mir jetzt nicht kaufen. Aber wenn ich eine, ja, vom Verlag noch kriege, dann würde ich diese englische Unterschriebene definitiv irgendwie unter Leute bringen. Ähm, ja. Genau. Das dazu. Dann Rats of Wistar. Auch ein Cranio-Creation-Spiel mit so einem Ratten-Thema. Finde ich sehr weird, muss ich sagen. Das Thema ist aber auch ein cooles Euro-Game, glaube ich. Habe ich dort aufgebaut gesehen. Habe mir ganz kurz angeguckt, ähm, ja, wie so, wie so der Fluss ist und klang cool. Und dachte ich mir, nehme ich mit. Habe ich mir also gekauft. Dann haben wir hier hinten noch zwei Games. Ah, Gott, ist das viel. Ähm, Imperial Miners. Das hat mir Pegasus-Spiele zugeschickt, also ein Rezensionsexemplar. Ich habe es auch schon gespielt. Und ich muss sagen, es spielt sich wirklich flott runter. Es ist, ja, es ist ein Familienspiel, steht auch drauf, würde ich auch sagen, das stimmt so. Vom Niveau ist es auf jeden Fall geringer als Imperial Headlers. Es ist aber deutlich cooler als Empires of the North. Und, ähm, ja, es spielt sich wirklich flott runter. Wir bauen so einen, äh, Minen, müssen dann Minenkarten anlegen. Einfach ganz flott und, ähm, können die dann so durchkaskadieren. Richtig cooles Teil. Äh, mache ich definitiv auch nochmal ein Einzelvideo zu. Ähm, und ein Regelvideo, ähm, Imperial Miners. Und dann habe ich natürlich mir auch noch die Cascadia, habe ich dann doch noch gemacht, tatsächlich, die Cascadia Landmarks-Erweiterung gekauft. Äh, die hatte ich mir, glaube ich, schon vor der Messe gekauft. Ich bin gar nicht sicher, aber die habe ich auf jeden Fall noch nicht gespielt und nicht ausgepackt. Werde ich mir dann definitiv auch mal angucken. Da weiß ich noch gar nicht so genau, ob ich so richtig viel von berichte. Ähm, muss ich auch mal gucken. Vielleicht verschenke ich die auch noch, äh, mal sehen. Äh, das dazu. So, dann haben wir natürlich noch mehr. Wir haben hier einmal von Mandu Games. The Vale of Eternity. Das war sehr gefragt auf der Messe. Ich habe, ähm, zum Glück ein Rezensionsexemplar abstauben können. Und da werde ich auch nochmal ein definitiv, ähm, ähm, ja, ein separates Video zu machen, weil das ist ein sehr cooles, kleines Kartenspiel. Sehr flott gespielt, mit wirklich sehr schönen Illustrationen. Macht richtig Spaß. Haben wir schon ein paar Mal gezockt. Geiles Teil. The Vale of Eternity. Ich hoffe, dass das Ding irgendwann mal auf Deutsch kommt. Dann, äh, können das noch ein bisschen mehr Leute spielen. Dann habe ich mir Tucana Builders geholt. Bei Aporta Games habe ich mir gekauft. Äh, ja, der Nachfolger von, äh, Trails of Tucana. Aber soll deutlich anders sein. Also es soll sich deutlich anders spielen. Wir haben tatsächlich so ein großes Brett, wo wir so kleine Hexteile drauflegen. Also es ist nicht mehr reines, äh, Roll and Ride oder Flip and Ride, wie das andere war. Ähm, das wird auch, glaube ich, ganz cool. Dann ein kleines Spiel. Das ist ein kleines Rezensionsexemplar von Allian. Das ist quasi so ein kleiner Ableger von Aporta Games. Und das ist quasi Bluff mit Karten. Auch ziemlich cool. Und das hatte ich schon vor der Messe angefragt. Und dann konnte ich es auf der Messe mitnehmen. Und das ist dann halt quasi, es, also es gibt halt, ja, irgendwie hier so eine, so ein Statement. Also irgendwie die längste Brücke der Welt. Und dann muss jemand halt eine Zahl raushauen. Und dann muss der Nächste eine höhere Zahl raushauen. Und dann bietet man sich quasi immer so weiter hoch und hoch und hoch, bis irgendjemand sagt, nee, das glaube ich dir nicht mehr. Äh, und dann wird aufgedeckt. Und, ja, da möchte man möglichst wenig, äh, Karten sammeln, äh, die man dann bekommt, wenn quasi die Anschuldigung falsch war. Oder man zu hoch, ähm, gewettet hat, sozusagen. Gibt es noch so ein paar extra Regeln, die das Ganze auch noch ein bisschen spannender machen. Ähm, sehr cooles Teil. Freue ich mich drauf. Bin ich sehr gespannt, werden wir wahrscheinlich ab Donnerstag dann das erste Mal richtig live ausprobieren. Das wird fett. Dann haben wir hier auch ein Spiel, da hatte ich, ähm, nach einem Rezensionsexemplar gefragt. Und, äh, ja, spontan, weil ich dachte, so mega. Und zwar ist das, äh, Party Shock You von Jumbo, also von den Hitster, vom Hitster Verlag. Und, ja, es ist tatsächlich, hier gibt es eine, eine kleine Nuss, die einem kleine Stromstöße verpasst. Und während, also diese Nuss, die geht dann immer rum, muss jeder irgendwie, muss die in der Hand haben. Und während man die in der Hand hat, muss man so eine Aufgabenkarte lösen. Das sind so ganz leichte Fragen, so ein bisschen kreative Fragen auch. Wenn man die dann geantwortet hat, gibt man das dem Nächsten. Und, ja, derjenige, bei dem dann die Nuss in der Hand dann anfängt zu schocken, der hat dann verloren. Also ein kleines, lustiges Partygame. Ich erinnere mich, wir hatten mal früher so ein Partyspiel, wo man so ein Reaktionsspiel, da leuchtete immer so eine Lampe. Und da musste man möglichst schnell, wenn die Lampe aus war oder angehabt, musste man so ein Ding, so ein Hebel drücken. Und der, der das letztes gedrückt hat, der hat auch einen Stromschlag bekommen. Fand ich ganz witzig. Ähm, fand ich nur ein bisschen seltsam. Ich hab gefragt, so wegen Herzschrittmacher, ob das ein Problem ist oder hier und da. Und die meinten, nee, ist kein Problem, ist so niedrig. Das ist überhaupt kein Problem. Ähm, der, der, ne, aber, und dann lese ich die Anleitung und dann steht da halt doch, sind halt doch Warnungen drin, dass man das nicht spielen sollte, wenn man einen Herzschrittmacher hat oder, ja, fand ich ein bisschen seltsam. Aber, genau, da berichte ich euch auch nochmal explizit von, wenn ich es dann gespielt habe. Dann natürlich Archäologic, das Deduktionsspiel, auf das ich mich am meisten gefreut habe. Es gab auch gar nicht so viele Deduktionsspiele. Es gab noch so ein kooperatives, das hab ich dann aber nicht mitgenommen. Ähm, richtig cooles Teil bestimmt. Hoffentlich, äh, mit so einem, ja, mit so einem Rattenmechanismus. Ähm, man kann dann halt so Fragen stellen und muss so eine versunkene Stadt finden. Ähm, das wird cool. Aber jetzt muss ich, wo ist, muss ich mal gucken, wohin mit den Games. Ich baue mich hier langsam zu. Dann hab ich mir, achso, das hab ich mir natürlich auch gekauft. Ähm, Dorfromantik, das Duell hab ich mir auch gekauft. Das ist jetzt ja neu von Pegasus Spiele. Ähm, ja, man ist quasi Dorfromantik, nur dass jeder für sich puzzelt und man dann sich duelliert. Hm, genau. Das wird auch ganz cool, glaube ich. Dann Evacuation hab ich mir gekauft. Ähm, für, ja, einen kleinen Rezensionsrabatt. Also, nicht Vollpreis. Und wir haben es auch schon gespielt. Und ich muss sagen, ist richtig gut. Ich hab tatsächlich schon zwei Partien hinter mir. Und, ja, gefällt mir wirklich gut. Es ist allerdings nicht so belohnend. Also, ich muss sagen, es ist nicht das stärkste Suchi. Es ist aber ein extremst komplexer Suchi. Ähm, ja. Ja, mehr dazu dann in meinem Gespielt- oder in einer Einzelvideo. Dann natürlich Ceres. Das hatte ich vorhin schon gezeigt. Da hatte ich die Erweiterung gezeigt. Hier das Grundspiel nochmal. Ähm, das hab ich mir gekauft bei Atipia Games. Ein Sci-Fi-Game, wo wir, ja, so eine Mondstation irgendwie aufbauen müssen. Beziehungsweise von da dann irgendwelche Expeditionen starten. Ja, sieht verdammt Sci-Fi-mäßig aus. Mal gucken, ob es, äh, das halten kann, was es verspricht. Was ist von der Packung her? Oh Gott. Dann Shipyard Second Edition. Auch von, äh, Suchi. In einer neuen Edition von Delicious Games. Hab ich für einen kleinen Rabatt bekommen. Ähm, ja. Wir bauen Segelschiffe. Wir wollen Schiffe bauen, um die, ja, meisten Punkte dann einzuhalten. In unserer Werft, ähm, könnte ganz cool werden. Ich hab gehört, soll ein bisschen, ja, von den Regeln auch sehr stark angepasst worden sein. Ähm, im Gegensatz zur ersten. Und die erste ist ja teilweise auch schon wirklich sehr gut angekommen, die Version. Ich hab's aber nie gespielt. Daher freue ich mich dann auch auf Shipyard. Dann hab ich mir bei Pandasaurus Games die Merch geholt. Da geht es um Vulkane in so einem, ja, sehr, sehr eigenen, comicartigen Look. Äh, das hat mich tatsächlich angesprochen. Ich fand das sehr cool gemacht von den Karten her. Von dem, ja, wie es aussieht auf der Packung. Das Ding hatte ich mir vorbestellt bei, äh, Pandasaurus und Abstander abgeholt. Cooles Teil auf jeden Fall. Hat aber wahrscheinlich gar nicht so mega hohe Priorität. Dann, ähm, auch ein sehr cooles Spiel. Und zwar Gin. Das hab ich zugeschickt bekommen von Pegasus Spiele. Haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Da kommt auch noch ein kleines Video zu. Ähm, ja, ein sehr schönes Optimier-Spiel, bei dem wir so durch die Stadt laufen und dann jeweils immer Aktionen auslösen. Und dann möglichst effektiv uns Flaschen, Korken und Gins besorgen wollen, um dann die meisten Gins zu haben, die dann am meisten Siegpunkte bringen. Ähm, ja, schönes Ding auf jeden Fall. Ist von dem Macher von, ähm, New Eden. Ja, richtig, äh, richtig schönes Teil. Viele sagen, es sieht nicht so schön aus, aber ich muss sagen, es passt tatsächlich so ein bisschen zum Thema und so. Ich find's ganz cool. Genau. Dann das. Dann haben wir hier Match of the Century. Match of the Century, ein kleines Zweispielerspiel. Hatte ich auch von berichtet schon in meiner Preview-Liste, wo wir mehrere Schachpartien nachstellen, nachspielen, so ein bisschen in so einem kleinen Brett. Ähm, ja, ein kleines Zweispielerspiel habe ich mir bei Veprint auch gekauft. Dann haben wir, ja, was wir noch gekauft haben, zwei kleine Erweiterungen natürlich. Wasserwelten und die Revive-Erweiterung. Die habe ich mir beide gekauft. Ähm, ja, war für mich ein Muss, weil das beides Spiele sind, die wir tatsächlich immer noch sehr gerne spielen. Dann, ähm, was mir zugeschickt wurde kurz vor der Messe und was ja wohl ein Riesenerfolg war auch auf der Messe, es gab so einen Hype um dieses Spiel tatsächlich, ähm, ist Among Cultists. Wir werden das wahrscheinlich dann im November mal zocken. Bis dahin werde ich, also da bis, bis, bis November werde ich keine Runde zusammenbekommen. Ähm, brauche halt vier bis acht Leute und ich würde es gerne auch in Vollbesetzung tatsächlich spielen. Da bin ich aber sehr gespannt drauf. Jetzt schaue ich mir dann mal an, wenn ich, ähm, ja, wenn ich es mir angeschaut habe, werde ich auf jeden Fall mal von berichten. Das haben mir die Leute von Godot zur Verfügung gestellt, netterweise. Genau. Das schiebe ich mal wieder hier hin. Dann habe ich hier noch The Witcher liegen, äh, genau. Hegemonie hatte ich auch schon von berichtet. Ich schiebe das jetzt einfach mal hier her. Boah! Genau. Und dann noch Time Capsules. Das ist auch vor einer gewissen Zeit angekommen. Das sind alles, ähm, ja, über die Spiele schmiede gebäckte Spiele, beziehungsweise Kickstarter. Ähm, Time Capsules hat mich ein bisschen enttäuscht tatsächlich von den Partien, werde ich euch auch berichten. Hegemonie bin ich mir auch nicht so super sicher. Ich finde es ganz cool, aber auch irgendwie ist es eher so eine Simulation, muss ich sagen. Dann haben wir hier Nunatak. Das hat mir Kosmos zugeschickt. Das, ähm, hat mir wirklich erstaunlich gut gefallen, muss ich sagen. Es ist ein Familienspiel, bei dem wir so ein Eistempel bauen. Und es ist relativ einfach. Wir ziehen einfach irgendeine Karte und da steht dann drauf, wo wir einen Tempel drauf machen können. Und da gibt es so verschiedene Punktemechanismen. Ähm, ja, wenn man irgendwie so ein Quadrat voll hat oder eine Reihe oder so eine Spalte voll hat, dann kriegt man irgendwie bestimmte Punkte. Es gibt dann noch so Spezialkarten und dann ist so ein bisschen Set Collection. Bestimmte Karten, die man am Ende gesammelt hat, geben dann auf unterschiedliche Arten und Weisen Punkte. Wirklich sehr cool. Also ich muss sagen, es ist so ein Familienspiel, wo ich sage, das könnte auch viel Spielern gefallen, weil es, weil es irgendwie so fluffig runtergespielt ist, weil man doch ein bisschen nachdenken muss, was diese Kartenkombinationen angeht. Äh, sehr, sehr cooles Teil, muss ich sagen. Nun, na, zack, dann Pirate Tales. Das hat mir Skellig zur Verfügung gestellt. Ähm, da werde ich auch nochmal eine Rezension zu machen. Ein Push-Your-Luck-Spiel ist quasi Port Royale in ein bisschen einfacher, ein bisschen runtergebrochener auf Würfel. Wir müssen, ja, so eine Reise machen mit unserem See, mit unserem, äh, ja, mit unserem Schiff und, ja, decken dann immer nach und nach eine Karte auf und müssen dann diese Karten aber mit Würfelsymbolen, ähm, ja, belegen, damit wir dann unsere Reise fortsetzen können und nicht untergehen. Ist ganz witzig, definitiv. Ähm, ist aber auch ein Familienspiel und ist halt einfach, ist halt einfach riesig viel Glück bei dem Game. Das muss man halt wissen, aber wenn einem sowas Spaß macht, dann, äh, ist das eine coole Sache. Ähm, wie gesagt, da berichte ich dann auch nochmal ein bisschen expliziter drüber. Ja, und ihr glaubt, das ist alles? Nein, das ist natürlich nicht alles. Wir haben hier noch Far Away. Das habe ich so auf Verdacht mitgenommen, weil ich, äh, ja, von jemandem gehört hatte, dass das ganz cool sein soll. Es war tatsächlich dann auch relativ schnell ausverkauft. Was man da genau macht, weiß ich tatsächlich noch gar nicht so genau. Ähm, dann haben wir hier Five Towers. Das habe ich mir gekauft, äh, auch beim, äh, Dieprint-Stand. Kleines, äh, Legespiel, bei dem wir so Türme bilden müssen, so Zahlenreihen bilden müssen. Ganz witzig. Habe ich auch viel Gutes drüber gehört. Dann habe ich mir bei Alicat noch Roam in, äh, Roam in a Day geholt. Ist das nicht irgendwie anders? Hm. Roam in a Day geholt. Ja, auch ein kleines Plättchen-Legespiel, äh, bei dem wir so kleine Plättchen legen müssen, um dann Punkte zu gelangen. Ich dachte, das ist irgendwas mit Role. Hm. Ähm, naja, Roam in a Day und Empire's End habe ich mir bei Nice Game Publishing gekauft. Ähm, ja, auch ein ganz witziges Game, bei dem wir so ein Empire haben und dann kommen immer so Katastrophen. Und diese Katastrophen, da müssen wir dann drum bieten, dass wir die nicht bekommen. Und wenn wir sie bekommen, dann kann das das aber auch bestimmte Vorteile, ähm, äh, ja, bringen. Äh, ja, sehr, sehr interessant von, von, von der Dynamik her, glaube ich. Äh, genau. Das dazu. So, und dann habe ich hier natürlich noch einen kleinen Stapel rechts neben mir. Den wollen wir auch nicht unerwähnt lassen. F.T.W., ein kleines Kartenablegespiel von, äh, ja, von 2F-Spiele. Das habe ich mir beim 2F-Spiele-Stand gekauft. Äh, da geht es darum, Handkarten abzuwerfen. Hatte ich auch in meiner Preview kurz. Dann haben wir natürlich auch ein Jekyll & Hyde vs. Scotland Yard von Bandu Games. Äh, auch ein Rezensionsexemplar. Und das haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Und ich muss sagen, ja, das funktioniert kooperativ. Tatsächlich funktioniert das ganz gut. Ein Stichspiel, bei dem wir kooperativ schaffen müssen, eine bestimmte Anzahl von Stichen in bestimmten Runden zu erlangen. Und dann auch mit einer bestimmten, ja, Anzahl zusammengesetzter Karten. Also bestimmte Karten sind dann schlecht für uns in den Stichen. Bestimmte sind gut. Und, ähm, ja, müssen dann quasi, äh, ja, Scotland Yard entkommen. Relativ schwierig fand ich das sogar. Wir haben die ersten, oder ich glaube die zweite oder dritte Mission haben, mussten wir wiederholen. Wir haben es dann nicht von Anfang an geschafft. Und, ja, richtig cool. Und das kann man dann natürlich auch als Standard-Game dann irgendwann runterspielen, wenn man diese kleine Mini-Kampagne dann gespielt hat. Dann haben wir noch Dracula vs. Van Helsing. Das Ding ist auch von Mundo Games. Und, ja, das ist so ein Spiel, bei dem wir quasi so kleine Plättchen in unserem Kartenhalter haben. Und dann können wir immer ein Plättchen ziehen und ein Plättchen ablegen. Und dann triggern wir irgendeinen Effekt, um Plättchen zu tauschen oder neue Plättchen zu ziehen und nochmal dran zu sein. Und dann kann man irgendwann sagen, so jetzt stopp. Und dann vergleicht man immer die gegenüberliegenden Plättchen miteinander. Und, ja, wer da sozusagen das Höhere hat, auch so stichmäßig, der gewinnt dann da. Entweder kann man dann als Vampir eine Person irgendwie auch zu einem Vampir machen. Oder man verliert halt Leben als Vampir, wenn man das verliert. Ganz cool hat, ähm, am Anfang wirkt es so ein bisschen so, hä, okay, was soll das? Ist ja irgendwie lächerlich und ein bisschen langweilig. Langweilig, aber wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann bilden sich so langsam so, ja, so Züge, wo man sagt, so, ja, okay, das wäre schlau, wenn man das in der Reihenfolge macht und hier und da. Und dann kann ich den da aufs Glatteis führen und so weiter. Aber es hat doch mehr, als es am Anfang den Anschein macht, muss man sagen, so von der Tiefe her. Dann Adaptoid, Adaptoid, ein Zweispielerspiel, von dem ich nicht weiß, was es kann, äh, war ein Spontankauf, ich hab's da auf, äh, rumliegen sehen, es war super günstig, hat irgendwie, glaub ich, ein Fünfer gekostet oder so, oder Zehner, weiß ich gar nicht so genau. Ja, hab ich dann einfach spontan mitgenommen. Ja, weil ich, ich war auch gerade in dieser Ecke, wo ich mir, wo irgendwie vier Spiele waren, die ich mir eigentlich angucken wollte, wo ich dachte, ja, die können cool sein, die waren alle vier, halt nix. Und dann war ich so enttäuscht, dass ich irgendwas mitnehmen musste und dann hab ich halt das mitgenommen. Genau. Dann eine neue Art von Krimi-Dinner von Mortys Mysteries Krimi-Spiele. Das ist ein Rezensurzexemplar, was die mir, ähm, mitgegeben haben, damit ich mir das mal angucken kann. Und die Besonderheit hierbei ist, dass ihr, ähm, ja, ihr könnt das eigentlich in jeder Konstellation spielen und der Spielleiter muss auch nicht mitspielen, weil das Ganze auch App-gesteuert sein wird. Also auch die Neu-, also die Charaktere, die dann nicht mitspielen, die werden dann per App gesteuert und das Ganze ist auch zeitgesteuert. Das heißt, ähm, ja, es gibt dann, also die App, äh, verhindert, dass es dann endlose, endlose Diskussionen gibt und dass das Spiel nicht voranschreitet, sondern das ist dann ganz gut gestreamlined durch die App, ähm, ja, so ein Krimi-Dinner, es geht hier um den Tod des Schiffbrüchen. Da, ähm, muss ich mal gucken, wann ich dann so eine Runde zusammenkriege, vielleicht auch im November, spätestens dann aber zu Weihnachten und dann werde ich euch davon berichten. Ja, Alpaka, das habe ich nicht gekauft, das hat meine Verlobte gekauft, äh, ja, mal gucken, bin ich, äh, sehr gespannt drauf. Ähm, hier noch eine Witcher-Erweiterung, dann ein Rezensursexemplar von Time Division. Time Division, ein Zweispielerspiel von Heidelbeer Games, das habe ich mit, ähm, ja, dem guten Michael dann auch, äh, dort direkt spielen können, er hat es mir erklärt. Und, ja, ein ziemlich cooles Teil, ist so ein bisschen wie Mindbug und Redlands und so, hat aber, sieht ein bisschen geiler aus, weil es tatsächlich ein richtiges Spielbrett hat, noch so ein bisschen, ist halt ein bisschen üppiger tatsächlich von den Materialien her. Er hat ein paar Karten, also es gibt so drei Kartensets mit jeweils 18 Karten und, ja, mit diesen 18 Karten spielt man dann so eine Partie und dann kann man sich überlegen, ob man mit den einzelnen Sets, ähm, ja, einzelne Partien spielen möchte oder ob man so eine Kampagne durchspielt, wo man dann alle drei Sets hintereinander spielt, die dann von der Komplexität und auch von den Mechanismen so ein bisschen unterschiedlich sind. Und im Grunde genommen, relativ einfach erklärt, einer legt eine Karte, der legt eine andere eine Karte und dann kann der eine, der die höhere Karte gelegt hat, entscheiden, welche Karte gepunktet wird und bei welcher Karte der Mechanismus ausgelöst wird. Genau, so läuft es eigentlich. Sehr, sehr cooles Teil und mir gefällt halt einfach, also es sieht so nice aus, ne, die Karten sehen richtig geil aus, die Charaktere, die sind in so unterschiedlichen Zeitzonen dann auch, das sind alles, alles so Tiere, ähm, und auch das Material mit dieser Metallmünze, die man dann hat, die man dann hin und her schiebt, ist mega. Muss ich sagen. Also, da freue ich mich auch riesig drauf, das jetzt demnächst öfter zu spielen, da sehe ich, äh, werde ich auch definitiv ein Einzelvideo zu machen, um euch das dann nochmal genauer zu zeigen. Ja, dann der neuen, ein von den neuen Oink Games, Guckwahl, das haben wir auch schon gespielt, äh, in einer anderen Version, äh, von einer anderen Schachtel, ein ganz cooles Teil. Äh, ja, wir gehen so auf Whale-Watching quasi. Dann, äh, Belladonna, das ist ein kleines Kartenspiel, bei dem wir Gifte zusammenmischen müssen, auch so ein kleines Karten-Ablegespiel, bei dem wir so Reihen bilden in der Mitte, ähm, ja, klang ganz witzig, hab ich mir, hab ich mir auch gekauft. Achso, Guckwahl hab ich mir auch gekauft. Dann Aurum hab ich mir noch gekauft, ein kleines Stichspiel, das kam ja bei, ich glaub, bei Bad About Games kam das nicht so toll an, aber ich hab auch noch ein paar Kollegen, die sagen, äh, dass das sehr cool sei. Ähm, ja, wieder ein Stichspiel, natürlich mit einem, ja, gewissen, mit so einem gewissen Trick, also mit so einer gewissen Eigenheit. Dann ein sehr cooles, äh, Spiel, auch ein kleines Rezensurzexemplar, äh, What the Rule. Bei What the Rule müssen wir eine Regel uns ausdenken und andere müssen dann diese Regel erraten. Das ist ziemlich cool, wenn man, äh, um diese Regel zu erstellen, äh, hat man verschiedene Karten zur Verfügung, die dann, ja, ähm, entweder unterschiedliche Symbole sein können oder unterschiedliche Zahlen sein können oder Anzahl von Symbolen. Also es gibt quasi, ja, das sind dann solche schwarzen und weißen Karten. Und mit diesen Karten kann man sich dann eine Regel ausdenken, wie zum Beispiel, also eine ganz einfache Regel wäre halt, ja, immer schwarz und weiß abwechselnd. Äh, es wäre jetzt vielleicht ein bisschen einfach, aber, genau, und dann, ähm, legen die anderen Karten immer eine Karte in die Reihe und dann ist so Mastermind-mäßig kann man dann sagen, ja, nee, äh, dann, die Karte passt nicht zur Regel und dann gibt's quasi Strafe oder man sagt halt, ja, die passt zur Regel und dann ist der nächste in der Reihe und irgendwann kann man das Ganze dann auflösen. Sehr cooles Teil, kann man sich echt abstruse Sachen ausdenken. Wir haben schon auch so ein bisschen gewitzelt, man könnte zum Beispiel tatsächlich über, ja, diese ganzen Sachen, die hier zur Verfügung sind, irgendwie die Regel, äh, ja, äh, es muss Pi ergeben, äh, die Zahl Pi ergeben, also bis auf die fünfte Stelle oder was weiß ich, äh, sowas könnte man machen. Das, da muss man aber erstmal drauf kommen, ich glaube, es ist ziemlich, äh, hirnzermaternd. Ähm, dann als Promo so ein Double Star Wars, das, ja, dann habe ich zugeschickt bekommen Heroes for Sales von Cosmos, auch so eine Art Mini-Mindbug, aber ich würde sagen, es ist ein Low-Budget-Mindbug. Karten sind sehr dünn und, ähm, ja, es gibt hier so zwei kleine Cubes noch dabei, denn der Witz ist, dass man nicht wie bei Mindbug so eine Mindbug-Karte spielen kann, um den, die ausgespielte Kreatur auf seine Seite zu holen, sondern hier bietet man auf jede Karte. Es gibt quasi Geld und immer wenn man eine Karte ausspielt, dann kann man, kommt erstmal so ein Beat-Mechanismus, zu wem dieser Held dann eigentlich geht. Ähm, ganz cooles Teil und da gibt's auch, ja, ganz witzige Situationen, ähm, muss dann wieder so Stützpunkte zerstören und, ja, lustiges Teil auf jeden Fall. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Äh, dann Art Frenzy. Keine Ahnung, was das ist. Das habe ich nicht selber gekauft. Ja, das hat meine Verlobte gekauft. Dann haben wir Cat in the Box. Das war leider nicht auf der Messe vorhanden. Ich habe diese Version von Pegasus vorher zugeschickt bekommen. Ich hatte gehofft, dass man es auf der Messe auch kaufen kann, aber nein, leider noch nicht, aber wahrscheinlich könnt ihr es bald kaufen. Und mega geiles Stichspiel. Ich sag's euch. Mache ich auch nochmal ein einzelnes Video zu. Richtig cooles Teil. Also, ich liebe ja Stichspiele, bei denen ich nicht ganz so hilflos bin und hier habe ich irgendwie so das Gefühl, alle sind hilflos. Also, ich bin nicht alleine, der hilflos ist und das, äh, finde ich irgendwie ziemlich cool. Also, ja, wir, Stichspiel, bei dem wir quasi erst in dem Moment, wo wir die Karte spielen, entscheiden, welche Farbe die Karte hat. Also auch wieder ein Stichspiel mit einem gewissen Kniff. Und ja, es funktioniert sehr gut. Ähm, dann noch ein kleines Unlock. Das ist, glaube ich, auch eine Promo gewesen irgendwo drin. Dann hier noch so Zusatzkram. Ähm, ja, das Spellbook von Asmodee. Das habe ich auch als Rezensionsexemplar angefragt. Und das haben sie mir zugeschickt. Das Ganze von Space Cowboys. Ein, ja, ganz witziges, kleines Spell- also Zauberspruch-Lernspiel. Wir haben immer so, wir haben quasi immer eine bestimmte also voll Zaubersprüchen vor uns liegen und müssen die dann möglichst schnell erlernen, in, ja, indem wir Ressourcen generieren und die dann ausgeben. Ähm, kann man relativ flott runterspielen und da gibt es dann die verschiedensten Möglichkeiten, diese Zaubersprüche miteinander zu kombinieren. Läuft, dann läuft ein bisschen Gefahr, dass wenn man die falschen Zauberspruch-Kombinationen ausliegen hat, dass es dann dazu führt, dass eine Kombination von Zaubersprüchen, die man dann immer nacheinander macht, immer die stärkste ist und man nur noch das macht. Ähm, ja, da muss man mal ein bisschen gucken, wie die, wie die Auslage ist, damit sowas nicht vorkommt. Ähm, ja, lebt halt dann davon, wie da so die Kombinationen sind. Mache ich auch nochmal was zu. Dann Hard to Get, was ich mir noch unter Tab schreiben lassen. Kleines, äh, Wort, äh, Findespiel. So ein bisschen, äh, wie heißt das? Das mit diesen, äh, weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall ist es ein Wortfindespiel. Ähm, dann die Weiße Burg. Rezensionsexemplar habe ich auch schon ein einziges Video dazu gemacht, mit Regelerklärung. Geiles Kennerspiel. Kann ich euch nur empfehlen. Schaut gerne das Video. Dann haben wir die verlorenen Ruinen von Arnak-Erweiterung, die ich mir gekauft habe. Habe ich noch nicht gespielt. Dann haben wir hier die Bitoku-Erweiterung. Ein Rezensionsexemplar, von dem ich euch dann auch noch kurz berichten werde, wenn ich das mit Erweiterungen dann gespielt habe. Es sind ein paar neue Karten dabei, ein paar neue, solche Steinplättchen. Nein, nichts Großes. Dann habe ich hier Isle of Trains mir gekauft. Da habe ich leider schon gehört, dass es nicht so toll sein soll. Äh, ja, ich werde mich aber wahrscheinlich selber da nochmal davon überzeugen. Und dann, äh, Exploding Kittens, ähm, als, ja, Promo. Das war irgendeinem Goodie-Bag mit drin. Ähm, dann, ja, die zweite Sherlock-Erweiterung, äh, zweite Sherlock-Version. So eine Villa Diodati als Rezensionsexemplar. Dann haben wir hier Three Ring Circus. Das hatte ich auch angefragt als Rätie-Exemplar. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe schon Unterschiedliches gehört, dass es ein bisschen friemlich sein soll und so. Aber ich finde das Thema so geil. So The Greatest Showman-mäßig. Ähm, das möchte ich unbedingt spielen. Da werde ich euch dann noch von berichten. So, und jetzt lichtet es hier sich langsam. Langsam. Dann habe ich mir doch den, äh, einen von den neuen Gamebrewern gekauft. Delta. Ein, ja, eher Experten-Spiel, sagte er mir. Ähm, bei dem wir, ja, hier so Steampunk-mäßig rumreisen, um, äh, so, ich glaube, so Energie-Cubes oder sowas zu finden. Ähm, bin ich ganz sicher. Dann Abomination habe ich mir gegönnt. Äh, ja, vom Thema her fand ich es geil. Spielerisch habe ich auch nicht so viel Tolles bisher darüber gehört. Ich würde mir aber, äh, gerne einen eigenen Eindruck darüber machen. Dann Amalfi. Da geht es um die Amalfi-Küste in Italien, wo wir mit unseren Booten herumreisen. Sehr spannendes Euro-Game. Und dann noch die Bücher der Zeit. Ach, das ist auch angekommen vor der Messe noch. Äh, ein Spiele-Spiele-Ding, was ich gebackt habe. Ähm, ja, haben wir auch schon ein paar Mal gespielt. Ganz witzig. Äh, ist aber sehr stark reaktionsabhängig. Also, da sich die Auslage immer sehr stark wechselt, kann man nicht so richtig gut im Voraus planen. Man fängt dann immer erst an, wenn, wenn man dran ist, weil man dann erst sieht, was in der Auslage eigentlich verfügbar ist. Ja, man, man bestückt Bücher mit Seiten und kann die dann aktivieren. Ähm, eigentlich ganz witzig, muss man sagen. Und dann haben wir hier als letztes noch, das hat auf mich gewartet, als ich wieder nach Hause gekommen bin, der Kickstarter von Septima. Den hatte ich gebackt. Ein, ja, noch ein nicht ganz so heavy-Game mal von Mindclash. Bin ich sehr gespannt drauf. Packung ist auch viel größer, als ich es erwartet hatte. Und das Spiel an sich auch irgendwie, ähm, genau. Genau. Das dazu. Und ich glaube, dann sind wir durch. Und, ah, Burgen von Burgund, äh, habe ich hier noch stehen. Und Voidfall. Und, ja, alles so Neuheiten, wovon ich euch auch noch berichten muss. Ich hatte sehr wenig, äh, Zeit gespielt, Videos zu machen. Und Einzelvideos jetzt durch die Messe. Aber jetzt geht's richtig los, nachdem ich mit diesen ganzen Preview-Listen da noch durch bin. Und, ja, das war's, äh, mit diesem Video. Und, ach, bevor ihr abschaltet, sagt mir doch gerne nochmal, welches von diesen ganzen Spielen oder welche Spiele, ja, über welche Spiele würdet ihr gerne Videos sehen? Einzelvideos, Regelerklärungen. Ich weiß, bei Hegemonie, ähm, war schon der eine oder andere, der mich gefragt hat. Da muss ich mal gucken. Ich ist eher nicht so auf meiner Preview-Liste. Aber, ja, sagt gerne, zu welchen Spielen ihr, ja, viel erfahren wollt, welche Spiele euch am meisten interessieren, damit ich dann auch so ein bisschen meinen Content, ja, priorisieren kann, den ich für euch hier habe. Ja, bleibt euch nicht anderes übrig, als in die Comments zu schreiben oder dann halt, ja, abzuwarten, was ich dann so, so mache. Und, ja, ich möchte euch natürlich möglichst viel zeigen. Das heißt, es wird viele Gespielt-Videos geben und einzelne, einzelne Einzelvideos, wo ich denke, das lohnt sich, weil das Spiel wirklich sehr gut ist. Und, ähm, wo ich euch auch mit einer Regelerklärung dann unterstützen kann. Und, ja, das soll es erstmal gewesen sein von diesem doch etwas längeren Loot-Video. Wie lange ist es jetzt geworden? Eieiei, ähm, ja, ich hoffe, es ist nicht zu lang geworden. Und dann, äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und, ja, bis dahin, äh, sag ich erstmal ciao, ciao. Und vielleicht habt ihr jetzt noch Zeit, ein weiteres Video zu gucken. Hier sind zwei Vorschläge für euch. Und, ja, bis dahin, äh, sag ich mal.